Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica in der Staffel Voice of the Deep. Jo, wir sind immer noch hier unten. Bei die Trampel der Märesläufer. Auf der Suche nach Ressourcen. So, wie gesagt, ich könnte jetzt noch schnell... Welcome aboard, Captain. ...nochmal einmal Kupfer absammeln. So muss ich gucken, wo ich herkomme. Den schnellsten Weg. Mensch, was mache ich denn danach? Ich bin doch gerade... Rückzug noch mal ein bisschen anders, ich glaube, oder? Mein Gott, ich habe geradezu mir noch ein paar Passfolien und schon wieder ist es dringend weg. Naja, hier bin ich durchgekommen. Problem ist, ich bleibe hier leer. Doch, gerade. Vergessen. Ah, kristallines Aluminiumoxid. Nehmen wir weg, ist klar. Wie gesagt, ich bin so ein bisschen der Meinung, wir brauchen das noch. Warum ist es auch noch mal? Ja, warte, warte, warte. Holen. So. Äh. Ist das alles bleich oder was? Ja, sieht so aus. Welcher war irgendwo noch? Kupfer. Muss ich um eine Ecke sein? Irgendwo da ist er. Dann hoffe ich, dass ich die alle finde. Ja, was machen wir denn noch alles? Na klar, den Braun hier, den müssen wir noch ein bisschen ausrüsten, mit dem Greifhaken und so weiter und so fort. Okay. Okay. Die gute, super Sprungbüse da, die kriegen wir ja erst, wenn wir Kyranid abgebaut haben. Kyranid ist tief. Dann müssen wir runter zum Lava. Also, das hat noch ein bisschen Zeit. Alter, da ist noch was. Da ist noch was. Oh, hier noch was. Da. Da. Wo habe ich denn jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Oh ja. Ein paar sind ja schon in der Kiste. Ich glaube, eine so eine kleine war ja schon voll. Was ist das? Komm mal rein. Pult. Ja gut, brauchen wir ja. Es ist ja nicht mehr wie früher, als das ein halber Abfallgegenstand war hier. Äh, da noch. Ne, doch. Da ist noch mal. Hallo? Du bist blei, ne? Ja. Das ist mach. Da kommt Quarz. Nur weil es jetzt gerade vor die Flossen war. Gut, dann wären wir jetzt, ähm, wir müssen hier irgendwo rum weiter. Den Wrax vorbei. Und dann auch weiter rum. Also, wir müssen ein ganzes Stückchen. Kacke. Na ja. Freut sich der Bioreaktor. Ähm, hier. Ja, sehr schön öffnen. Zack. Eingeparkt. Ja, bitte aufladen. Gott, ey. Braun wird geladen. Eben 100%. Hm? So, jetzt muss ich auch mal gucken, wo wir hier sind. Insel 1. Müssen wir ein bisschen runter hier, damit wir uns den Kopf nicht stoßen. Jetzt gucken, wenn sie alle, äh, äh, ja, fahren wir durch hier. Jetzt zwei, ja, wir müssen hier irgendwie... Ah, da ist nochmal Kupfer, aber gut. Da haben wir jetzt erstmal ein bisschen was. Ich hab mich noch nicht mal leer gemacht, ne? Was ist das? Da ist doch noch so ein Ding. Gucke, gucke, gucke. Hier ist was los. Hupf. Ah, denn das schon wieder. Macht mir nicht immer Angst. Das ist ja irgendwie Schlackzeug hier. Bum, 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 bum. Ein paar große Tauben. Wo war denn das jetzt? Da? So, wird jetzt das Volk einsaugen da. So, warte mal. Äh, den noch. So, kann ich hier nochmal scannen? Äh, da kann ich hier. Fremdes Leitungssystem wurde bereits gesinnt, ja. Und was wollte der hier an der und von mir? Blasen für schau ich ohne richtig scannen? Da ist, hier unten drunter, ist irgendwo... ...Base-Tänkisch, was. Bum, 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 bum. Echt, ey, wie große Pauken, hört sich an. Feuer frei jetzt hier. Uuuhuah, Kurve. Warte mal, ich verfranse mich jetzt hier nicht. Wo ich jetzt bin, hier, Insel 2. Ne, wir müssen hier weiter hoch, irgendwo auch. Wo ist Insel 1? Was? Au. Ey. Damte Kacke hier, ja. 2.000, 1.000 Sechse. Boah. Noch weiter hoch, hier, das... Ja, du jammer nicht rum hier. Wer soll denn mir hier was? Insel 2, ja, da ein bisschen so in die Richtung. Ist das in der Nähe von diesem anderen Pilz-Bio? Es gibt ja so ein bisschen so 2, ja. Und in dem einen ist halt... Das eine ist bei der Aurora. Und das andere... Ja, hier kommen wir der Sache doch, glaube ich, schon gerne. Und das andere ist ja... ...ein bisschen extra. Und da ist ja diese, diese... ...dieses Wrack um oben drinnen. Bin ich jetzt hier richtig? Ich muss irgendwo hin, wo es ziemlich... ...nur Sand ist. Kaum Grünzeug. Da muss ich irgendwo hin. Das ist zwei, das muss doch irgendwo sein. Und da muss ich noch weiter raus. Da habe ich nämlich immer... ...ehm... ...Silbervorkommen gefunden. Und dann war dann, glaube ich, noch ein zweites Wrack. Halt, 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 halt. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt hier. Das war auch nicht tief. Ich müsste eigentlich... ...gucken, wo dieses andere Pilz-Biom ist. Und dann würde ich, glaube ich, mich zurechtfinden. Ja, ich hoffe es, ja. Und da ist Kupfer. Und hier hinten geht es runter zum... Ja. Nein, 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 nein. Warum muss es auch so dunkel sein? Wir sind doch, glaube ich, gar nicht so tief. Vielleicht, weil Nacht ist das, Schulterkupfer? Oder immer noch das Gleiche, ich weiß es nicht. Halt, 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 was ist hier? Ist hier ein Wrack? Ja. Dann würde ich sagen. Schauen wir mal da rein, oder? In der Hoffnung, dass ich hier noch nicht war. Oh, was ist denn da los? Verfanz dich! Ich muss jetzt mal gucken, wo wir hier reinkommen. Vielleicht da. Wenn du mal hier schön stehen. Habe ich was mit noch? Ja. Da schon noch voll. Ich muss schon wieder trinken, glaube ich, das machen wir auch gleich. Warte, was habe ich jetzt? Äh, jetzt noch mal Quarz. Nein, ein Titan. Titan haben wir noch gar nicht gefunden. Und das bisschen, was ich empfunden habe, ist schon wieder verarbeitet. Da brauche ich jetzt das Gold reinschmissen. Hier, ne? Ja. Ein, zwei, drei. Das ist nochmal Kupfer. Kupfer war eigentlich hier. Ich glaube, ich war nicht hier. Der ist voll. Ja. Der ist so ziemlich unvoll. Der. Passt auch nochmal vier rein. Gut. So ein bisschen aufpassen. Ist die Lampe mit? Ich denke schon. Mach die mal da hin, weil das Dingens brauche ich ja jetzt nicht unbedingt. Ja, nur hör auf, um zu fruchteln mit dem Teil. Lass mich hier lieber irgendwo rein. Sich hier durch. Ne. Ach du Scheiße. Du bist hier eigentlich eher mit der Motte hin. Oh, ja, ja, guck, guck da, guck da. Die Ratte, die Hinterhaltige. Oh, nee, weg. Das müssen wir mit der Motte erledigen. Weil da kann ich sie mal ein bisschen stromisieren. Was bist du? Kann man dich scannen? Kann man dich schnetzeln? Warum kann man sowas nicht? Würde mir gefallen. Gibt es hier noch außen irgendwas? Es nervt. Also, die ollen Warper, die sind wirklich nervend. Aber richtig. Ich hasse es ihr hier. So, ähm. Wässer raus. Ich muss mir das bloß merken hier. Zwietro sind sie zwei. Oh, ist... Ich werde es wohl nicht mehr finden. Das ist dann nochmal... Ja, hör auf zu jammern. Warte mal, lass mich über hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber. Ich hätte gleich mal gucken sollen, wie viel Strom das Teil hier noch hat. Und ich müsste in der Base dann auch mal langsam Energiezellen-Ladegerät bauen. Ich werde wohl einfach das Glück mal wieder nicht haben und das finden. Die Silber vorkommen. Bisschen schade. Vielleicht bin ich auch schon vorbeigehörscht irgendwo. Oder ich bin irgendwie falsch, oder? Ich weiß es nicht. Ich muss da gucken, was ist da. Was habe ich da gesehen? Was ist da hier gerade irgendwas? Ich muss da eigentlich, das waren die Pflanzen. Nee, 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 nee. Da ist irgendwas. Da ist doch so ein Teil. Ja, 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 ja. Aua, ja, 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 ja. Lass mir mal raus hier. Ich hoffe, wir haben uns jetzt nicht festgefahren, das Ding hängt ganzchen schief. Warte mal. Achso. Achso, was sagt denn das Ding hier mit Strom? Äh, 84 Prozent, alles gut. Da können wir noch lange reisen. Ich hoffe, ihr ist nicht wieder irgendein Kackviech. Ja. Ist noch so ein Belüftungsschacht. Gibt's da ja nicht, ey. Und so Pflänzchen? Hab ich das schon? Still auch, ey. Wer sagt, ich soll es kennen, dann hab ich das 100%ig. Das haben wir schon, ja. Das haben wir schon. Hm. Und da ist... Magisch das auch. Was ist das? Was soll da Energie oder Energiezellen oder sowas nennen? Und die Dinger hier auf einmal rumliegen überall? Ist auch komisch. Was ist hier drin? Ich habe die Tarn gesammelt. Oh man. Ja, leider kein Silber, 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 Silber. Ja. Willkommen anboard, Captain. All systems online. Na ja, gut. Äh, wo geht's irgendwie nach Hause? Teil 1? Da bestimmt nicht. Ach, Mensch, ey. Ach, Mensch, ey. Ich bin, hier bin ich da hergekommen, oder? Fast. Mal hin anhoben hier. Da muss ich irgendwann nochmal los. Also, ich bin hier, glaub ich, total falsch. Bin hier schon fast zu Hause wieder. Na ja, ploppt das mal auf hier richtig? Oder kommt hier manchmal noch was? Weil hier ist schön, dieses Sandgebiet. Das ist, das ist... Boah. Aber das ist noch... Das war fast alles kahl da. Dieses komische Wrack, wo wir waren, das wäre ich noch nie wieder verloren. Ja, lass mich doch in Ruhe. 1. Mensch, 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 Mensch. Ich müsste wahrscheinlich erst mal zu dem Pilzbjungen fahren. Und von da aus würde ich es vielleicht noch finden. Warte mal, hier ist doch alles Sand, Sand, Sand. Guck mal da, was ist denn das? Das ist doch Silber. Silber, 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 Silber. Zwei Häufchen. Na, da geht's aber ab. Ah, Mensch. Lange gesucht. Und endlich gefunden. Hopp. Willkommen, Captain. Ich hab hier noch einen Haufen. So, komm du mal her, hier erst mal. So, ich hoffe, das ist Silber. Kleiner Haufen. Alter, drei Haufen, vier Haufen. Na, die nehmen wir alle mit. Weil das brauchen wir. Na komm, an hier. Komm. Ich freut mich. Ich bin nicht glücklich. Wir haben so das, was wir für die meisten Elektronikbaustellen brauchen. Ja. 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 Und jetzt brauche ich mein Ding entweder, äh, das wird auf die 5. So, Schrank. Und noch einen. Cool. Dann habe ich noch 2 für Silber. Ich glaube, die werde ich auch brauchen, was da nach unten liegt. Ich will das haben. So, kann ich hier noch? Nein. Da noch? Nein. Da noch? Nein. Da noch? Nein. Ist alles voll. Kommst du da rein? Dann bleib mir das mal schauen, was ich übrigens muss so. Hä? Leuchten die so. Spind wahrscheinlich, die Lichtfallen ist hier irgendwie, oder sowas. Gute Kollege, wo stehst du? Da. Einsam und verlassen. Scheinbar war ein. In so, und was ist denn hier im Kofferraum? Wo noch? Plünder. So, welchen nehmen wir jetzt? Den. Denn die beiden dann, die zusammen sind. Ich muss aufpassen, dass hier nicht über die Klippe kohlen. Uah. Ab geht's. Wir sind ja schon wieder bei 23 Minuten. Das kann doch alles nicht wahr sein. Mach hin, ihr Kopf. Locker dich ein bisschen. Ja, wir machen mal. Ja, wir haben ja die Folgen eigentlich schon wieder. Also, wie schafft. Ich werde noch den hier abbauen. Die restlichen zwei könnte ich eigentlich schnell alleine machen. Und dann nach Hause fahren. So, aufhier ich. Und dann, dass ich das�ium würde. Und da kam er... Buggel dich. Lass ihn mal hier rein. So, pass auf. Das machen wir so. Ich werde die Beden hier noch abbauen. Alleine. Offline. Das ist Quatsch. Fahrte nach Hause und ab da nehme ich wieder auf. Ich hoffe, so, okay so. Wenn euch das mal nicht passt oder so, dann könnt ihr das ja in den Kommentaren schreiben oder so. Wenn ihr sagt, nee, wir wollen alles gucken oder so. Gut. Wenn es euch gefallen hat, lasst ihr mir einfach einen Daumen hoch da oder ein Abo. Kommentar würde ich mich auch freuen. Und bedanke ich mich für's Zusehen. Ich sage tschau tschau bis zur nächsten Folge.